Verpackungen öffnen, Spritze aufziehen und den Impfstoff noch mal kontrollieren. Bei Kinderlungenarzt Falko Panzer laufen die Vorbereitungen für die Kinderimpfungen auf Hochtouren. Auch heute werden in seiner Praxis wieder 21 über Zwölfjährige geimpft. Der Bedarf ist groß, die Sorge in den Schulen angesteckt zu werden, nachdem die Maskenpflicht nicht mehr da ist, ist groß. Das heißt, wir sind jede Woche seit Monaten fleißig am Impfen und kommen eigentlich kaum hinterher. Seit heute gilt die Maskenpflicht im Unterricht in Baden-Württemberg wieder flächendeckend. Längst überfällig für den Hygieniker Dr. Georg Christian Zinn. Bundesweit ist die Sieben-Tages-Inzidenz der Altersgruppe 5 bis 14 Jahren mit Abstand am höchsten. Sie sind natürlich Überträger und das ist gerade für die Älteren oder auch die vielen Ungeimpften natürlich ein Risiko. Insofern warten wir händeringend auf die Zulassung des Impfstoffs für die Jüngeren unter zwölf, dass wir natürlich auch diese Altersgruppen impfen können. Das sieht nicht jeder so. Eine generelle Impfung für Kinder ab fünf Jahren ist für Kinderlungenarzt Dr. Panzer nicht empfehlenswert. Es ist nicht wirklich klar, wie sehr die kleinen Kinder dafür verantwortlich sind, die Großen anzustecken und die Kleinen sind nicht für die Belastung des Gesundheitssystems verantwortlich. Das heißt, wenn wir die Pandemie in den Griff kriegen wollen, dann sollten wir den Fokus eigentlich eher auf die Impfung der nicht geimpften Erwachsenen legen. Die Impfung für Kinder ab fünf Jahren sieht der Mediziner nicht als Werkzeug, um die Pandemie zu bekämpfen, sondern um Eltern die Ängste nehmen zu können. Wenn ich als Arzt mich hinstelle und empfehle, alle Kinder ab fünf sollten geimpft werden, hat das einen anderen Impact, eine andere Auswirkung. Also wenn ich sage, wenn Eltern interessiert sind, bieten wir das gerne an. In Israel werden Kinder ab fünf Jahren schon seit einiger Zeit gegen das Coronavirus geimpft. Ob die Impfung auch bei uns kommt, bleibt abzuwarten. Die Diskussion ist aber jetzt schon groß.